So, jetzt siehst du. Aufzeichnen. Jetzt hört man einfach... Du weisst, du weisst. Ärgerst du schon wieder noch her. Aber du hast jetzt mit dem Stock das ist so großartig. Aber die haben abgeräumt. Jetzt sehen wir uns das nächste Woche. Oder wir halten auch die Bücher aufgeräumt. Und meistens das Garten werden wir. Nichts, ich weiß nicht. Du hast ja auch die Bücher aufgeräumt. Wenn mich der Ger gaan, ja, du kannst dich nicht aufgeräumt. Ich bin ihm immer dafür weinigend. Dann hat es nicht zu Behälter. Gut. Bravo!